Herzlich willkommen bei Factory TV. Wir sind heute in Erfurt zu Besuch bei den Investor Days, die schon zum 13. Mal stattfinden. Zwei Tage lang pitchen hier 40 innovative Startups um die Gunst der Investoren. Um was für Startups es sich genau handelt und wer die Rising Stars sein könnten, das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist gut organisiert und es sind sehr viele interessante Firmen da. Ich finde, hier wird nicht so viel auf Show gesetzt, sondern eher auf die Gründer, auf die Ideen und auf die Echtheit. Also das, was neu ist, dass wir das Ganze mit der BMT, der Beteiligungsmanagement Thüringen zusammen machen. Und wir als Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen wollen wirklich groß denken. Wirklich groß denken für die Thüringer Startups, für die Innovativen und ihm eine Matching-Plattform zu geben, wo sie Investoren und Kooperationspartner treffen können. Und das wirklich Wichtige ist, dass wir mehr Investoren gewonnen haben und auch mehr Kooperationspartner. Atmosphäre hier ist super, sehr, sehr gemütlich und trotzdem, ich sag mal, sehr modern hier in Erfurt. Zum Netzwerken absolut die richtige Plattform. Das war schon ganz cool und das Networking, das ist ja quasi jetzt die eigentliche Arbeit, Kontakte zu knüpfen, Leuten von seiner Idee zu überzeugen, Investoren an Land zu ziehen und Kooperationspartner zu finden. Also es haben sich 69 innovative Startups aus ganz Deutschland beworben. Wir haben 69 Investoren, das heißt fast 1 zu 1 Matching, wo das natürlich auch immer ein bisschen relativ ist. Und wir haben insgesamt 600 Gäste, das heißt weitere Branchen und Kooperationspartner und damit auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Startups weiterbringen. Weil das eine ist ja das Kapital und das andere ist das Wissen, was man gemeinsam auf dem Weg mitgibt, um dass die innovativen Geschäftsmodelle wachsen können. Das ist ein Punkt, warum wir hier sind, wo wir Gelder dafür suchen, um die App so schnell wie möglich an den Markt zu bringen. Also wir sind zwar vielleicht nicht ganz so groß wie Berlin, aber hier gibt es jede Menge sehr gute Ideen und die sind auch sehr divers. Also hier sind alle Branchen vertreten und das, was wir eben brauchen, ist das Kapital hier in Thüringen. Und deswegen rufe ich auch ganz herzlich dazu auf, kommen Sie nach Thüringen, investieren Sie hier in tolle Ideen. Denn hier kommen nicht nur Thüringer Startups zusammen, sondern aus der ganzen Bundesrepublik. Ja, ihr habt es gehört, kommst zu den Investor Days, investiert und pitcht. Das waren die Investor Days 2016. Eine wirklich gelungene Veranstaltung mit einer tollen Auswahl an innovativen Startups und guten Geschäftsideen. Auch das Rahmenprogramm hat gestimmt. Von prominenten Rednern bis hin zu gutem Entertainment war alles dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr, denn uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch pitchen wollt beim Elevator Pitch hier in Thüringen, dann bewerbt euch doch einfach auf www.stift-thüringen.de Das war's von uns von Factory TV aus Erfurt. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.